So, Begrüßung steht heute hier. Wir fangen direkt einfach an und wir wollen heute Dateien mit Kotlin lesen und schreiben. Dazu haben wir zwei verschiedene Varianten und wir wollen uns beide einfach erstmal angucken, zumindest zum Lesen. Zum Schreiben haben wir nachher nur eine. Das ist so die Grundlage, damit wir was mit Dateien machen können. Wir werden mit ganz normalen Dateien arbeiten, das heißt nicht mit irgendwie coolen Formaten oder sowas, sondern es ist einfach ganz normales Zeugs. Okay, dazu brauchen wir als allererstes mal eine Datei. Das heißt, wir gehen hierher und machen New und dann File. Achso, und warum könnten Dateien vielleicht recht wichtig sein? Nun ja, zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Sachen speichern wollt. Save Games zum Beispiel von Spielen sind in Dateien. Wenn ihr irgendwelche Nutzerdateien oder sowas, also keine Ahnung, Konfigurationen oder sowas, die der Nutzer einstellen kann, wenn ihr die schreiben wollt, beziehungsweise wenn ihr den Nutzer irgendwas umstellen lassen wollt bei euch in der App, müsst ihr das irgendwie speichern, sodass es sozusagen auch beim nächsten Start von der App noch verfügbar ist. Das heißt, ihr müsst in Dateien schreiben und beim Start dann lesen. Genau, und ja, das wollen wir heute eben machen, indem wir hier einfach sagen, data.txt. Txt ist ein gültiges Dateiformat, das ist einfach nur quasi irgendwas Leeres, also einfach nur ganz normales Textformat. Wie gesagt, es gibt auch noch coolere Arten und Weisen, wie man in Dateien schreiben kann. Das werden wir aber jetzt nicht dieses Video machen, sondern im nächsten oder übernächsten. So, jetzt schreibe ich hier einfach irgendwas rein, ähm, irgendwas. Das kommt dann natürlich immer auf euren Anwendungsfall drauf an, was das sein soll. Irgendwas in der Datei. Blub. Okay, kein B heute für mich. So, ein paar Sonderzeichen, damit wir auch sehen, was da passiert und äh, ö, ü, scharf ist. Gut, und dann machen wir noch eine neue Zeile rein und dann haben wir eine Datei. So, diese Daten wollen wir jetzt lesen und dann ausgeben bei uns in der Command Line. Wir können natürlich damit auch arbeiten. Das heißt, wir können sie vielleicht irgendwo reinschreiben, ähm, in Variablen und dann damit arbeiten. Was wir jetzt allerdings machen ist, wir lesen sie einfach nur ein. Ich meine, ihr habt jetzt mittlerweile schon echt ein gutes Verständnis für Kotlin. Ähm, zumindest solltet ihr das an diesem Punkt haben. Und, ja, das Ganze funktioniert über File. Jetzt muss allerdings File einimportiert werden. Und das ist vielleicht ungewöhnlich, aber wir importieren jetzt hier aus Java. Das heißt, wir sagen hier Java.io.file. So, und das wird importiert. Und jetzt können wir hier allerdings trotzdem damit arbeiten. Und das ist ziemlich intuitiv in Kotlin, denn wir haben hier einfach ein File. Und dann geben wir hier den Dateinamen an und dann sagen wir hier einfach Punkt for each line. Das heißt, für jede Zeile machen wir folgenden Code. Und zwar, naja, was ist der folgende Code? Wir wollen das Ganze ausgeben und zwar mit print line. So, ihr kennt das Ganze bei Kotlin, ähm, wenn ihr irgendwie mit Lambda arbeitet sozusagen, dann habt ihr hier ein it. Und dann weiß Kotlin, was gemeint ist. Und ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht. Gut, wir lassen das Ganze einfach mal laufen. Und dann sehen wir hier, was passieren soll. So, wir sehen, dass wir hier einen Fehler haben. Und jetzt gehen wir mal nach ganz oben, denn dort steht, was es für ein Fehler ist. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Ja, oder auch File Not Found Exception. Das bedeutet so viel wie, die Datei konnte nicht gefunden werden. Offensichtlich ist diese Datei jedoch genau im richtigen, also genau im selben Ordner wie diese Kotlin-Datei hier. Das Problem bei Kotlin ist, das ist das Projekt. Also das ganze Hello World-Dingens hier ist das Projekt. Während das hier ist der Source-Folder. Ja, das ist ein eigener Ordner. Und in diesem Ordner drin befindet sich die Datei. Und das heißt, was unser Projekt hier macht, das ist, es geht von Hello World, also von dem Überordner sozusagen aus, und geht dann in den Unterordner und sucht dort nach Data.txt. Sprich in Hello World, wo auch SRC drin ist, wo JRE System Library drin ist, wo Test drin ist und so weiter und so fort. Dort wird nach Data.txt gesucht, was natürlich nicht vorhanden ist. Das heißt, was ihr normalerweise macht für ein funktionales Projekt ist, ist, ihr habt einen neuen Ordner und gebt dort dann an, zum Beispiel Data.txt. in Daten drin. Es ist völlig egal, wie ihr übrigens den Ordner und diese Datei nennt. Die müssen auch nicht gleich heißen, es ist komplett egal. Am besten so, dass sie aussagekräftig sind. In unserem Fall ist es einfach nur zum Beispiel. Das heißt, ihr könnt das Ding nennen, so wie ihr es braucht. Okay? Also so, dass ihr wisst, was da drin steht. Am besten irgendwie zum Beispiel Speicherstand 1 oder Speicherstand 2 oder sowas. So, ähm, und was wir jetzt hier machen müssen, ist, wir müssen den Ordner angeben. Das heißt, wir nehmen an, wir sind im Hello World Ordner und wir gehen jetzt in den Unterordner, nämlich Data und dort öffnen wir die Datei data.txt. Das heißt, wir sagen hier data.data.txt und dort finden wir dann diese, diese Data und das wird uns einfach alles ausgegeben. So, und jetzt sehen wir hier irgendwas in der Datei, Blub und die ganzen Sonderzeichen sind auch dabei. Super. Jetzt haben wir allerdings noch die Möglichkeit, dass wir hier sehr, sehr komplizierte oder komische, ähm, nun ja, seltsame Dateiformate vielleicht haben. Und auch das können wir sozusagen verwenden. Ähm, das Standard-Encoding ist UTF-8. Ihr könnt aber verwenden, was auch immer euch beliebt als, ähm, Encoding sozusagen. Und dazu gehen wir einfach her und benutzen Char-Sets. Punkt zum Beispiel UTF-16, okay? Und wenn wir das haben, dann können wir hier die Datei lesen, die zum Beispiel in UTF-16 encodiert wurde, was natürlich für diese Datei nicht funktionieren kann, weil das hier kein UTF-16 ist, sondern UTF-8. Aber wenn ihr eine Datei in UTF-16 habt, dann könnt ihr die auch lesen. Funktioniert zumindest sehr, sehr gut. Ähm, allerdings, wie gesagt, diese Datei hier ist in UTF-8. Deswegen sollten wir da vielleicht auch UTF-8 als, ähm, Char-Set benutzen. Aber wie gesagt, das ist der Standard-Char-Set. Den müsst ihr nicht mal angeben, okay? So, jetzt haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, ähm, die Dateien zu schreiben. Und die zweite Variante, wie ihr Dateien lesen könnt, die zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Denn, ja, die braucht man nicht unbedingt immer. Meistens reicht diese hier. Falls ihr sehr, sehr große Dateien habt, so dürft ihr euch das nächste Video reinziehen und dann damit Spaß haben. Und was wir jetzt hier drin eben machen wollen, ist, wir wollen eine andere Datei schreiben, okay? Also wir wollen in eine Datei reinschreiben. Dazu öffnen wir eine Datei in data slash, ähm, meine Daten 2.txt, okay? Ähm, das ist einfach der Dateiname hier. Diese Datei existiert noch nicht, wie ihr sehen könnt. Aber sie wird auch in den Data-Ordner reingeschrieben irgendwann mal. Und wir sagen jetzt hier nicht for each line, sondern wir sagen ganz einfach, write text, okay? Und hier schreiben wir dann einfach rein, was wir reinhaben wollen. Das heißt, wir sagen sowas wie, hallo, Welt, neue Zeile, wie geht's dir? So, und da sollte ich eigentlich das hier wegmachen und dieses Leerzeichen auch, sonst sieht das nämlich seltsam aus. So, und jetzt füllen wir diesen Code mal hier aus und dann sehen wir, wir haben hier diese Datei einfach ausgegeben, das war das hier, aber wir hatten auch keinen Fehler. Und jetzt gucken wir mal hier in unseren Data-Ordner rein, indem wir hier einfach mal Refresh drücken. Dann steht hier nämlich eine meine Daten 2.txt drin, okay? Das heißt, ihr habt gerade eine neue Datei mit eurem Code erstellt, also mit diesem Kotlin-Code, aber eure Ordner müssen in Eclipse immer refreshed werden. Das machen die nicht automatisch. F5 tut's auch, aber ihr könnt auch rechtsklicken und Refresh machen. Und dann habt ihr hier meine Daten 2.txt und jetzt haben wir hier eben in der ersten Zeile, hallo, Welt, drin, in der zweiten Zeile, wie geht's dir? Dieses Backslash-N, was ich hier eingetragen habe, das ist weg, das ist nämlich eine neue Zeile, die wir hier eben als neue Zeile wahrnehmen, okay? So, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir wissen müssen, um mit Dateien umzugehen in Kotlin. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne Feedback da, wenn nein, lasst mir bitte auch Feedback da. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.